Aus sind kommt man heute nicht herum In Wirtschaft, Behörden und der Wissenschaft gibt es einige Berufe, in denen Aus sind eine tragende Rolle spielt Die sich immer schneller entwickelnde Kommunikationslandschaft bedingt stets am Ball zu bleiben Doch wie fängt man eine Internetrecherche an? Welche Methoden werden bei der Suche angewandt? Kann man Teile der Recherche automatisieren oder gar komplett einem Rechner überlassen? Die GoSintCon 2021 bietet Antworten auf diese Fragen Experten geben Einblicke in ihrer Arbeit und sprechen über die neuesten Methoden, zeigen nützliche Tools und führen durch interessante Fallbeispiele GoSintCon 2021 O-Sint von Profis für Profis O-Sint in der Tat Untertitelung des ZDF, 2020